Würdet ihr Kort empfehlen? Ja, egal was der Rest der Frage ist. Aber nur im Winter. Ist der nicht heiß da drin? Ich finde es super bequem. Mir ist es total heiß und dabei ist es noch nicht einmal warm heute. Außerdem bedeutet Kort übersetzt Stoff des Königs und das hat einen guten Grund. Schon klar. Es ist der Lieblingsstoff des Königs. Welcher König? Von allen Königen. Könige heißer oder kalter Länder? Alle Länder.